Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Wenn Sie es mit Ihrer Hausbank machen, ich empfehle das grundsätzlich immer, ich sage immer, sprechen Sie als erstes mit der Hausbank. Aber auch da sitzen genug Töffel. Es kann ja auch manchmal sein, dass der Verkäufer sagt, ich will das Geld aber schon in zwei oder drei Wochen haben. Dann brauchen Sie auch eine Bank, die das schnell abarbeitet. Es gibt so eine große Bank, die aus Holland kommt, die mit so einem Basketballspieler immer Werbung macht. Die haben teilweise acht bis zehn Werktage Bearbeitungszeit. Da reichen Sie heute ein oder am Montag und dann haben Sie frühestens in drei Wochen Ihre Darlehensverträge. Die sind auch manchmal schnell. Wenn nichts los ist und die Zinsen gerade ein bisschen höher sind, dann haben die auch manchmal nur drei, vier, fünf Werktage Bearbeitungszeit. Aber dann kommt noch Postlaufzeit, zwei Tage dazwischen. Dann müssen Sie noch Postidentverfahren machen und diesen ganzen Hokus-Pokus. Da sind also locker drei Wochen weg. Also klären Sie das auch ab, wie schnell so eine Bank das über die Bühne kriegt. Alle, die was bestehen ist, eine Bestandsimmobilie, eine gebrauchte Immobilie kaufen, klären Sie auf jeden Fall ab, wie schnell die Bank ist. In diesem Wissen, äh, es geht um, äh, bla, scheiße. So. Baufinanzierung, Schütt. Ich möchte einfach ein litriger Rad jetzt haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017